Aha, Leute, willkommen zurück. Wie besprochen, habe ich vorspielt, damit ihr die ganzen unsinnigen Kloppen mit den Kunderten von Dämonen, um den Geist des Bösen zu bekommen, nicht mehr miterleben musstet. Und ich sage mal, besiegen wir einmal. Ich habe herausgefunden, wie man Zwischensequenz ist. Alter, Säule! Ha! Nein, ich hasse diesen Anklapp. Geh weg! Ich habe auch ein paar neue Gegenstände. Ich war noch mal bei Ramaramusai. Habe mich eingedeckt. Alter, spring doch! Oh! Ich habe Wasserkopf getroffen. Ja! 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 Hälfte! Stopp! 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 Ich kräfte sie nicht. Wenn es nicht so scheiße wäre, die zu treffen, wäre das ein richtig cooler Bosskampf. Scheiß Sukubus. Verschnitt. Aber die Änderung sieht besser aus als du. Was? Nein! 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 Du wolltest es unbedingt, du blöde Schlampe. Geh mir Storch aus dem Weg! Oh oh. Nein! 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 Ich glaube, der hat was Boom gemacht. Mach sie fertig, you angel! Das wird sie nicht anders verdient! Ich habe sie nicht gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Ja, toll. Das haben wir jetzt ausgelöst. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. Das sieht ja sehr, sehr, sehr mager aus. Das ist immer noch Ninja-Meister. So, nächstes Kapitel. Ja, freue mich, wenn wir nicht blöde Alba besiegt haben. Zahl, Frau... Alter, was ist denn jetzt los, ey? Ist das gesamte Blitier uns jetzt aufmerksam geworden? Scheiße. Ja, das ist das, ey. Wenn ich mich nicht, dann werde ich auf den Weg gehen. Ich schaue mich an den Arma. Es tut mir leid. Wenn ich den Arma nicht verletze, dann werde ich den Arma nicht verletze. Aber das ist das. DOKU! Kapitel 8 Alarm in Tyron aus dem Kampf mit Rachel Svester Alma der Meister der Dämonen der Meisterin auch äh ok Operator aus dem Kampf mit Rachel Svester Alma der Meisterin der Dämonen ging kein Sieger hervor er führte jedoch dazu dass das vigorische Heer in Alarmbereitschaft versetzt wurde Mayonnaise-san ich bin mir nicht sicher ob ich da ob ich jetzt hier vorlesen sollte immerhin lest ihr Eier ne ok also das Militär hat jetzt die gesamte Hauptstadt abgeriegelt patrouilliert und äh es stellt sich uns auf sonst irgendeine Art und Weise in den Weg und ach da fliegen sie wir müssen jetzt einen Weg finden ja sagen wir so das zu verhindern immerhin haben wir Embisse da ist man da wieder auch Verstörung können wir nicht kaufen wir haben so wenig Flurium äh wir haben nicht genügend Skarabeen um was zu kaufen um was zu bekommen aber eh hier noch irgendwelche scheinen ja wir gehen hier rein und durchsuchen alles und holen uns die Kriegs-Axt von Rachel ja die kann man aufnehmen das ist ne Waffe meiner Meinung nach die sinnloseste Waffe im Spiel aber es ist ne Waffe Waffen wollen wir haben man kann eh genügend Waffen im Impetar besitzen so Streit-Axt groß schwer lahm macht aber glaube ich viel Schaden ich hoffe mal dass ihr viel Schaden macht ich meine ihr seht euch mal die Größe von dem Ding an dafür sehr wenig Schlag-Kombos benutzen wir sie mal ein bisschen mal sehen vielleicht finden wir ein paar Idioten die sich damit spalten lassen ja genau so oder so oder so nicht meine Lieblingswaffe aber ich benutze sie mal ne Weiber ich hoffe mal ich bekomme meine Lieblingswaffe bald nein speichern bist du wahnsinnig ja ich hab einen Speicherpunkt gefunden in der Nähe so Klosterplatz alles abgeriegelt super ja schießt mit Maschinengewehren auf mich ihr kriegt das Drachenschwert zu spüren Alter ist es gemeint vom Spiel einem eine so lahme Worte zu geben und dann kommen hier die übelsten Maschinengewehr Fortsitz sag ich ja ich fühle mich noch im Moment noch gut im Fleisch darum springe ich eigentlich hier lang gab es hier was was ich übersehen habe ja das ist jetzt mein Ansatz hier nein es gibt nichts was ich übersehen kann meine IMAG an die Grationen verspricht er mir nur Streiche zu verspielen so haben gerade erst gespeichert Zugbrückenhügel stimmt ja den haben wir ja runter gemacht ich habe gerade ein Wusch gehört mir gefällt nicht dass ich gerade ein Wusch gehört habe äh äh ja mir gefällt es wirklich nicht alter was ist denn das Truppentransporter Raketenwerfer Gaspatronen ich sterb hier ich sterb hier sag nicht dass die hier unendlich aus den Dingen rauskommen ok ok funktioniert ok merken immer zuerst immer zuerst die verdammten Geschütztürme ausschalten wenn es geht so da lang geht es ja nicht da wird er von dem Transporter blockiert also gehen wir mal hier lang und da stehen sie ja ja scheiße ich wollte eine super Technik machen ich habe kaum noch Leben warum ist hier schon wieder zu warum ist überhaupt wieder zu warum ist da wieder zu so wieder so rissig wenn die neu gebaut haben versteht ich verstehe es nicht gut Warte mal, mir fällt gerade was ein So, geht doch Mir fällt gerade was ein Ich bin ja damals gestorben Und bin nicht wieder zurückgegangen Um es zu holen Das sieht wichtig aus So Lässt sich jetzt von beiden Seiten öffnen Das Sterben wird dann gleich wieder Und wir vergessen das Ganze wieder zu machen